... Zwei von dreieinhalbtausend, Mann. Tut mir echt leid. Nein, ich meine ums hälften September, einen Tag danach. Bei einem Verkehrsunfall. Einmal diesem Wichser Bin Laden gegenüberstehen. Der Fahrer war betrunken. Der soll mir die Scheiße mal erklären. War nur bedingt schuldfähig. Aber vielleicht sollte jeder Einzelne einfach da rüber gehen und zwei von den Mistkerlen in ihren Lehmhütten erschießen. ... ... ... Okay. Verstehe ich das richtig? Ich gebe ihr also die erste Pille und warte bis die Blutung anfängt. Innerhalb von 48 Stunden, genau. Und dann gebe ich ihr die zweite und die stoppt die Blutung wieder. Genau. Wie soll ich ihr denn zwei Pillen unterjubeln ohne dass ihr was merkt? Dann lass dir was einfallen. Ich verpasse heute Abend die erste und dann werden irgendwann am Freitag die ersten Blutungen einsetzen. Am Freitag machen wir doch unsere Party. Ist doch perfekt mit so vielen Leuten. Darüber lass die zweite Pille einfach mir. Jetzt schau mich nicht so an. Ich versuch dir nur zu helfen. ... ... Musik